Oh, holy shit, holy shit! Fuck! Fuck off! Geh kacken! Scheiße, man! Boah, fuck! In der Face! Gegeben. Oh, jetzt ziehen wir uns aber erstmal die ganzen Schnitzel rein. Entschuldigung für die Ausraster gerade, aber... Ganz ehrlich, die mussten sein. Da waren ja sieben Monster, 17. Das waren 30 Monster. Hier ist ein... Fuck! Hier ist ein Spawner. Wir haben jetzt ernsthaft direkt in der ersten Nacht einen Spawner gefunden. Los! Boah, wer hat doch Tag. Scheiße, man. War das knapp. Woa! Bauer. Warum? Ich weiß gerade nicht... Was das für ein Spawner ist hinter uns. Ich höre noch nicht gerade Skelette, Zombies und Spinnen. Ich denke aber, das sind Skelette da hinten. Shit, doch! Fuck off! Boah! 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 Kack! Oha! Spider-Man! Spider-Man! Boah! Woå! Da hab ich doch gerade was... Ne, das ist ein Peg... Ne, ein Schweinechen. Äh. Wollen die mich mal in Ruhe lassen hier? Das ist ja noch noch krass auf... Ah, ein Spinnreiter. Da, 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 da. Ha. Noob. Die Seile wollen wir. Und wir wollen dein Essen. Gib uns dein Essen! Was war jetzt eigentlich mit dem anderen Enderman? Ich will's grad gar nicht so genau wissen. Creeper? Wir haben grad mal einen Gunpaar. Da ist... Ach du Scheiße, da sind grad drei Enderman. Da! Da! Shit! Wo ist denn der? Komisch. Krank, ey! Der hat jetzt echt Blätter gegriefed, oder was? Wieso griefen die Enderman Blätter? Ganz ehrlich... Blätter! Jetzt werden wir hier... Wir haben 20 Gegner besiegt. Oder so. Und jetzt werden wir von... Nein. Ich hätt mich schon... Gewundert. Scheiße! Wir haben jetzt 13... Ah, cool. Da oben ist noch Dirt. Nehme ich doch gerne. Und wir haben 13 Gammelfleisch. Boah, Alter. Das Steinschwert ist schon Schrott. In einer Nacht. Ist von Tag. Ich glaub, wir können uns raus trauen. Zumal es gerade nicht laggt. Da hat doch grad irgendwas gebannt. Hat nix gedroppt. Alter. Falter. Nehme ich doch nicht. Boah. Ne, also... Oh, Enderperle. Die sind... Für 1.9... Sind die ganz cool, weil man damit dann... Ähm... Wie heißt's? Man kann sie werfen. So heißt's. Ja, man kann sie Kohle. Doch mehr Kohle. Eichen. Eichen und Kohle. Also man kann sie werfen. Und dann wird man zu der Stelle hin teleportiert. So. Müssen wir doch keine Holzkohle machen. Das ist ja... Recht viel hier. Oh, ich... Hab immer noch einen Schock von gerade. Das Blödeste wäre jetzt, wenn von hinten ein Creeper oder so kommt. Und... Dann hören wir nur noch. Dann ist aber auch schon zu spät. Wir trauen uns hier mal in die Höhle des Löwen. Sieht cool aus. Oh, wie viel ist denn das? 4, 6, 8. 8 oder mehr? Ich glaube aber eher 8. Und da war doch noch der... Der Spawner. Da müssen wir auf jeden Fall auch rein. So. Hoffentlich finden wir den Weg zurück. Also das hier wird man ja so oder so wiederfinden. Aber... Na. Mein PC ist zu dumm. Das mit dem Zombie und das mit dem Skelett, ne? Das war... Ich hab einfach nur... Die linke Maustaste gedrückt. In der Hoffnung, Dass ich die Gegner irgendwie... Schlage. War ja... Letztendlich auch der Fall, aber... Fackeln. Und... So. Und jetzt direkt wieder ein neues Steinschwert. Das können wir wegwerfen. Und auf zur Höhle. Moment. Und fackeln. So. Noch mehr Gammelfleisch. Immer gut. Moment. Hier sind wir mal kurz gewesen. Dann war hier die Höhle. Genau. Oh, wo geht's denn da? Da ist Cola. Nun gut. Wir werden jetzt aber erst mal da den Cave aufräumen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was wir da gleich hören werden. So, gut ausleuchten. Aha, Skelette. Oh. Das passt jetzt nicht. Oh Gott. Egal. Hier den ganzen... Dört. Und... Hm. Wie machen wir das denn? Erst mal zerstören. Also das Risiko will ich mal nicht eingehen. Dass hier... Die Viecher wieder spawnen. Da zerstöre ich das lieber. So. Ähm, was brauchen wir denn nicht? Meine Damen und Herren. Wir brauchen das nicht. Gut. Was brauchen wir denn noch? Noch nicht. Erst mal hier das Eisen mitnehmen. Zwei. Zwei Stück, ja. Ich mein, den Mossy Cobblestone will ich noch. Also Mossstone. Ich nenn ihn immer Mossy Cobblestone. So. Das hier. Brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn noch nicht? Dört. Egal. Stone Hall. Weg. Kostet ja nix. Rein, rein, rein. Und wir müssen wieder was wegwerfen. Zwei Sachen noch. Sticks nicht. Moment. Das sind vier. Das da sind... Der ist mehr wert. Und natürlich das Holzschwert. Tja. Gut. Die Truhen können wir jetzt erstmal abbauen. So und... Jetzt ist das Inventar voll. Gut. Das war ja gerade ne Hetzjagd in der Nacht. Also... Naja. Erstmal alles schön abbauen. Ich weiß nicht, was man damit so wirklich bauen kann. Aber egal. Es ist selten und es ist cool. Wenn wir irgendwas aus Cobblestone bauen wollen... ...dann kann man das ja... ...gut dazwischen setzen nochmal. Und weiter abbauen. Und weiter abbauen. Also gleich bauen wir auf jeden Fall erstmal ein Haus, in dem wir dann die nächste Nacht ohne Monster überleben. So. Passieren wir hier den... ...die... Oh, da war noch mehr Eisen. Na. Ist doch praktisch, dass wir... ...den Cobblestone weggemacht haben, um an das Eisen zu kommen. Und mittlerweile... ...finde ich sogar cool, dass wir eine neue Welt anfangen mussten. Nur noch eine neue Welt wäre ziemlich... ...blöd. Aber... ...bis jetzt ist es ganz cool. Da die Fackeln noch. Dann haben wir auch wieder alle 16. Ne, 15. Wo sind die? Da unten. Da unten. So. Es ist Nacht draußen. Nein. So. Du darfst da liegen bleiben. So. Du darfst da liegen bleiben. Und du darfst jetzt erstmal... ...ein bisschen was zu essen geben. So. Perfekt. Ein bisschen Gammelfleisch wieder reinziehen. Wie viele Pilze haben wir? Sechs. Na, da geht noch was. Auf jeden Fall. Holz. Auf jeden Fall. So. War ja jetzt nicht besonders viel. Das noch. War ja jetzt nicht besonders viel. Das noch. Was für ein Haus suchen. Ich würde hier gerne bauen. Was uns dann so schön immer erinnert. An unsere erste Nacht. Hier ist doch schön.